Also zu sagen, dass in letzter Zeit energetisch viel auf unserem Planeten passiert ist, ist ein bisschen eine Untertreibung, und das alles begann mit der Sonne, damals am 20. Und 21. Januar, es gab eine Sonne-Pluto-Konjunktion, eine planetare Konstellation, und danach explodierte die Sonnenaktivität und es gab einen Haufen Sonneneruptionen und chronische Massenanordnungen, die in den interplanetaren Raum gestartet wurden, aber wir bekamen keine folgenden geomagnetischen Stürme, stattdessen was wir sahen große Anstiege in unserem elektromagnetischen Hintergrundfeld. Speziell für Schumann-Resonanzen, wir sahen sogar Dinge wie diese spektralen Resonanzstrukturen vor einem Tag. Sehr, sehr selten, energetische Phänomene, also werden wir in diesem Video aufschlüsseln, was in der letzten Woche passiert ist, einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild betrachten und ein wenig integrieren, weil es hier viele verschiedene Themen gibt, sowohl in Bezug auf der Heliophysik, wie das, was die Sonne getan hat, der Sonnenzyklus 25, was wir in Zukunft erwarten können. Die Geophysik mit dem Planeten, die verschiedenen Energieflüsse, aber auch, wie sich das auf uns bezieht, unser Bewusstsein, unseren Körper, unsere Biologie, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, also werde ich mein Bestes tun, um all dies in ein schönes, umfassendes Bild für Sie zu verpacken, und ich denke, es ist wichtig, das zu tun, denn es gab eine Menge, ich denke, es ist gut, eine Art von Zusammenführung aller zu bieten, also hoffe ich, dass ich das nach bestem Wissen und Gewissen tun kann. Also werden wir über die Schumann-Resonanzen sprechen, ziemlich viel, aber zuerst fangen wir mit dem an. Was vor kurzem auf unserer Sonne passiert ist, wir hatten einen M6.8 Flare, also diese mit Klass 6.8 aus dieser Region genau hier, Sie können tatsächlich den Protonenfluss sehen, also das ist der Zeitpunkt, an dem es im Grunde beginnt, und Sie werden es auch sehen, wir werden es uns ein paar Mal ansehen, aber schauen Sie zuerst hier und dort, es geht wirklich groß, von breiter Dauer. M-Klasse Flare, hat einen Haufen Sonnenprotonen ausgelöst und es scheint, dass es eine Parker-Spirale gab, eine Magnetfeldausrichtung mit der Erde, wissen Sie, sie spiralförmig von der Sonne aus und das ermöglichte es diesen extrem energiereichen Protonen, auf unseren Planeten zu strömen, da ist der Chronograph, den Sie wirklich sehen, die Geschwindigkeit bei diesen synchronalen Massenauswurf, wie breit er war. Also diese rote Linie, da ist mehr als 10 Megaelektronenvolt, Protonen erinnern sich. Jetzt daran, Protonen sind 1800 Mal schwerer als Elektronen, also haben sie Masse, wenn sie schnell in Gang kommen, haben sie eine Menge Energie, die wir sogar gesehen haben, blau und grün steigen jetzt an, blau ist größer als 50 Megaelektronenvolt, grün ist größer als 100 Megaelektronenvolt, das sind also sehr, sehr starke Protonen. Und sie strömen gerade jetzt in das geomagnetische U-System der Erde, die die Feldlinien hinunter in die Polarregion strömen, insbesondere der Nordpol ist der Ort, an dem die Feldlinien einströmen und so werden diese Protonen entlang dieser Linien geleitet und gehen in die Arktis, die arktische Region, für den Nordpol und sie verändern die Ionosphärenströme dort, sie können das Ausrüstungspotenzial der Ionosphäre um 50.000 Volt oder so verändern, es kann bis zu 300.000 Volt gehen, sogar 350.000 Volt oder mehr. Abhängig von der energetischen Ladung, die stattfindet, also sind wir gerade in einem Sonnenstrahlungssturm, schauen sie sich die Dirote. Die mehr als 10 Megaelektronenvolt sehr, sehr hoch dort oben über dieser Warnschwelle und wir werden uns das ansehen, ja, wie schnell und schön, das ist sehr breit. Also das war von diese Sonnenflecken hier, die jetzt wegrotieren, wir hatten eine Menge Aktivität von ihnen, erst kürzlich, in der letzten Woche oder so, sie flackerten einfach ständig ab, es gab tatsächlich zwei Flares, zwei Flecken. Die zusammenarbeiteten, genau wie magnetische Stürme wie G1, G2, es wurden verschiedene Modelle. Gemacht, und wir hatten keine signifikante geomagnetische Aktivität, wie vorhergesagt, also ist die Sache die, dass die Energie immer noch in den interplanetaren Raum hinausgeschoben wurde, und sie waren alle direkt auf der Erde oder sogar hinter dieser direkten Erdlinie zu diesem Zeitpunkt, so sicher, dass die Energie mit unserem Planeten interagierte in gewisser Weise, und ich denke, was geschah, war, dass Energie ihren Weg in die geophysikalischen Systeme der Erde durch verschiedene Wellenleiter in der Plasmasphäre fand, und wir werden darüber mehr sprechen, nur eine Erinnerung, nun, zuerst schauen wir uns das das Noah-Modell für diesen M-Klasse Flare an, sie werden sehen, dass nur die Flanke davon auf die Erde trifft, der grüne Punkt, das ist ein Modell, das es tut nicht die Realität widerspiegeln, also werden wir sehen, was passiert, aber dieser Einschlag wird vom 31. Januar bis zum 1. Februar erwartet, also, nur knapp ein Flankenschlag davon, aber es bleibt abzuwarten, man sieht diese Mitrotierende-Wechselwirkungsregion dort tatsächlich, und so sieht man, wie dieser Teil der Sonne, obwohl er 90 Grad von der Erde zugewandt ist, im Grunde genommen weiß. Wie diese Mitrotierenden-Wechselwirkungsregionen die Erde elektromagnetisch mit der Erde verbinden können, die Sonne erlaubt, diesen solaren Protonen richtig einzuströmen, also gehen sie hinein und dann bombardieren sie unseren. Planeten, sie fallen in die Feldlinie, also ich meine, die Sonne und die Erde sind zu jedem einzelnen Zeitpunkt magnetisch verbunden, diese magnetische Feldstärke ändert sich, aber es gibt immer eine Verbindung zwischen der Sonne und der Erde. Also hängt es davon ab, wo diese chronalen Masseninjektionen und Flares auftreten, die bestimmen, wie diese Teilchen die Feldlinien hinunterströmen, wenn sie dort drüben auftreten, gibt es keine Verbindung, sie werden unterschiedlich herausfließen, sie werden den Feldlinien unterschiedlich folgen, man kann es sich wirklich so vorstellen, wie Wasser, das den effizientesten Weg bergab fließt. Also dieses NOAA-Modell ist gerade herausgekommen und zeigt keine wirklich ernsthaften Auswirkungen. Aber was wir tun müssen, ist, dass wir zwei chronische Löcher haben, die gerade jetzt an der Erde vorbeifegen, diese Image-Hochgeschwindigkeitsströme, das sind P-Bereiche mit offenem Magnetfeld, Fluss, also Solarionen, weißt du, Sonnenwind kann sehr leicht mit hoher Geschwindigkeit aus diesen herausfließen, und so diese du siehst, wie sie sich am Ende dort geschlossen haben, aber diese beiden chronalen Löcher. Obwohl sie nicht besonders groß sind, werden wahrscheinlich die Erde mit ihren Hochgeschwindigkeitströmen durchschütten im Laufe des nächsten Tages, zwei, drei Tage oder so, hängt es von ihrer Geschwindigkeit ab, ihre intrinsischen Magnetfeldeigenschaften werden bestimmen, wie gut sie sich mit der Erde verbinden und ob sie eine signifikante geomagnetische Aktivität auslösen. Also ja, es ist ein bisschen wie eine Menge Sonnenflecken hier, eine Menge Aktivität. Und dann haben wir diese chronalen Löcher und dann kommen wir mehr Aktivität, wir können uns unser Magnetogramm für. Heute ansehen, wir sehen all die verschiedenen Sonnenfleckengruppen auf der Sonne, und dann sieht dieser Typ dort ziemlich groß und ziemlich mächtig aus, also werden wir in den nächsten Tagen einen besseren Blick darauf bekommen, wenn er sich direkt der Erde nähert, aber es ist eine Art ununterbrochene Sonnenaktivität seit dieser M-Sonne-Pluto-Konjunktion am 21. Lasst uns einen Blick auf unsere Schumann-Resonanzen werfen und wirklich auf diese Kraft wähle, diese spektralen Resonanzstrukturen. Unser KP-Index misst die magnetische Volatilität g und die Schumann-Resonanzen für diese gesamte Zeitspanne, Sie werden sehen, dass unser KP-Index nie über 4 gestiegen ist, also schauen Sie hier, das sind 9 Stunden, wo es am Anfang des 24. Januar über 3 war, das ist UTC, also universelle Zeit, am Ende des 22. Sehen wir 6 Stunden über 3, aber wenn Sie sich das ansehen auf der ganzen Strecke wirst du sehen, dass es nichts über 4M gab, und die Schumann-Resonanzen reagieren ziemlich normal, hier siehst du Modus 1, dort diese horizontale Linie, Modus 2, Modus 3, Modus 4, das ist 7,8 Hz 14, 20, 25 oder so, es gibt auch andere Modi, aber sie nehmen an Leistung ab. Aber wir sehen diese wirklich beeindruckende Powerwelle, die sich während dieses leichten Abfalls des Erdmagnetfeldes zeigt Aktivitätsniveaus. Sie wissen, dass es sehr, sehr ruhig ist, sehr, es gab nicht viel Volatilität mit dem Erdmagnetfeld, ich habe einen Masterguide über das Erdmagnetfeld, wenn Sie das überprüfen möchten, Link in der Videobeschreibung 2, unser Vortrag, ich kann es nur empfehlen, Sie werden alles über das Magnetfeld der Erde lernen, das Sie wissen müssen, um dieses Zeug gut zu verstehen, und dann sehen wir, wie diese spektralen Resonanzstrukturen entstehen, damit wir schauen Sie hier nach oben für die Nahaufnahme. Viele interessante Frequenzen, die wir normalerweise nicht sehen, ich meine, hier sind die normalen Schumann-Resonanzen, richtig, Sie haben dieses normale, gestapelte Muster, Sie haben eine höhere Leistung als andere Frequenzen in der Nähe, aber Sie werden hier zuerst diese Leistungswelle sehen, die sich auf den ersten Modus konzentriert, aber wirklich über das Spektrum blutet. Den ganzen Weg in etwa 25, 28 Hz oder so und dann auch in die niedrigere Frequenz, also als ob 5 Hz aktiviert wurde. Sehen wir diese 5 Hz-Welle genau hier, wir sehen sie auch dort, wir haben diese 5 Hz-Energie jetzt seit mehr als einer Woche, was ziemlich anormal ist, Spin, das mal 5,4 Hz, das wird fortgesetzt, und dann sehen wir, dass diese spektralen Resonanzstrukturen das weitertragen, wir sehen immer noch, dass das gerade passiert, aber man kann diese 5 Hz-Welle dort sehen. Also das geht sogar bis zu 3 Hz oder so, diese sind stark mit unseren Gehirnwellen verbunden, Deltawellen sind 0 bis 4. Hz, das ist Tiefschlaf, tiefer erholsamer Schlaf, Sie sehen Deltawellenaktivität bei Babys sehr stark, Teterwellen von 4 bis 8 Hz sind mit tiefen Zuständen der Entspannungsmeditation verbunden, eben auch REM-Schlaf, wirklich verbunden mit REM-Schlaf und Träumen, was natürlich eine Menge symbolischen Einfluss hat, es gibt eine Menge unserer inneren Emotionen und Informationen. Und das Bewusstsein wird mit Träumen sichtbar gemacht, so dass psychiatrische Psychoanalytiker Liebesträume natürlich unglaublich wertvoll für EM für jede Art von innerer Erkundung und EM-Bewusstseins-Revolutionsreise sein können, so große Aktivierung in unseren Theta-Frequenzen in letzter Zeit, weißt du, das ist die Schumann-Resonanz, aber wenn es sie gibt, ist es das Wort Resonanz, was ist das Wort Resonanz, wenn man zwei Systeme hat, die die gleiche Frequenz haben, die gleiche Kraft. Sie können miteinander in Resonanz gehen, so dass unser Gehirn die gleiche Frequenz und die gleiche Kraft hat. Also ist das wirklich eine Gaia-Resonanz, die wir hier betrachten, ihr wisst schon, die Resonanz der Erde, und es gibt die allgemeine Resonanz-Theorie, die besagt, dass alles, was eine Schwingung hat, bewusst ist, und je mehr Schwingungen eingebettet sind, desto mehr Schwingungen sind eingebettet zusammen und ist und weißt du, kombiniert macht es ein komplex irres Bewusstsein. Also ist eine einfache Schwingung ein sehr einfaches Bewusstsein, weißt du, wir haben viele Schwingungen in unserem Körper. Magenwellen sind 0,05 Hertz, wir haben Blutdruckwellen bei 0,1 Hertz, unsere Herzfrequenz ist ein Hertz bei 60 Schlägen pro Minute, wir haben unsere Gehirnwellen, die höhere Frequenzen sind, du, also gibt es einen ganzen Haufen aneinander geschmiegt und vielleicht ist die Erde selbstbewusst und wir sind Teil dieses Überbewusstseins, so wie wir Zellen in unserem Körper haben. Können wir die Zellen des Überbewusstseins sein, also ist dies eine Möglichkeit, vielleicht das Gaia-Bewusstsein zu messen. Was auf unserem Planeten passiert ist und wie die Sonne mit unserer Erde interagiert und wie das mit uns interagiert, Stimmungen, Emotionen, was wir wahrnehmen, unsere Realität, was wir fühlen, da ist eine viel dazu, also schauen wir uns eine andere Folie hier an, wir werden mehr über diese spektralen Resonanzstrukturen sprechen, wie sie sich bilden und wir werden auch über diese Powerwelle sprechen. Wir fangen hier an, also diese Powerwelle, das ist ein Begriff, den ich benutze, es ist. Kein offizieller Begriff, aber es beschreibt es ziemlich gut, das ist auf Mode 1 zentriert, wie Sie sehen, da ist dieser Mode 1, Sie sehen, es ist wirklich zentriert, im ersten Modus ist es ziemlich anormal, es schien nicht mit irgendeiner lokalen Wetteraktivität verbunden zu sein, lokalen Wetteraktivitäten, wie Gewittern oder Regenstürmen, Schneestürmen. All das kann die Schumann-Resonanzen in diesem Bereich beeinflussen, es ist nur das elektromagnetische Hintergrundfeld, das ist Teil des globalen Stromkreises, und das besteht aus all den einzelnen verschiedenen Punkten und dem elektrischen Feldgradienten und was sind die Schwingungen, die in diesem spezifischen Bereich auftreten, also war es nur bewölkt in Toos, es schien nicht mit irgendwelchen Wetteraktivitäten dort zu tun zu haben, also ist es, was es ziemlich anormal macht, ziemlich seltsam, und was auch seltsam daran ist, ist, dass wir manchmal diese sehr lang anhaltenden Energiewellen im Sommer eben sehen, wenn man weiß, dass die Erde mehr zur Sonne geneigt ist, hat man mehr Energie, die auf diesen Teil der Erde trifft, und so diese Arten von Ereignissen sind häufiger, aber im Moment ist Winter in der nördlichen Hemisphäre, also könnte dies mit der Tatsache zu tun haben, dass wir uns in der Nähe oder auf dem Höhepunkt der Sonnenaktivität befinden, wir befinden uns wahrscheinlich am Anfang des Sonnenzyklus 25. Das Maximum wird wahrscheinlich bis etwa 2026 oder so dauern, wissen Sie, ungefähr dann, und das. Spricht dafür, wie sich die erhöhte Sonnenaktivität auf die elektromagnetischen Hintergrundfelder der Erde und die Schumann auswirkt Resonanzen, die diese Verbindung zu uns und unserem Bewusstsein, unserer Biologie, unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden haben, also werden wir darüber mehr darüber sprechen. Jetzt haben wir auch dann, nach dieser sehr langen Powerwelle diese spektralen Resonanzstrukturen gesehen, eine Anmerkung, die ich hier machen möchte, ist, dass ich persönlich eine Menge sehr kraftvoller, verstärkter Träume während dieser Zeit hatte, ich habe von Natur aus eine ziemlich gute Traumerinnerung. Ich tue viel und das wurde in den letzten Tagen noch mehr verstärkt und sie waren sehr aufschlussreich und sie hatten viel mehr Symbolik, als sie es manchmal tun, also diese überlappen. Sich mit diesen Theta-Gehirnwellen in diesen REM-Schlaffrequenzen, also das hätte eine sehr introspektive Zeit für euch sein können, und diese Frequenzen sind auch wirklich mit unserem emotionalen Körper verbunden, es sind die höheren Frequenzen hier, die es sind verbunden mehr mit dem Mental-Körper, weißt du, unsere Kognition, unsere Fähigkeit, Dinge zu sehen, sie wahrzunehmen, Fokus, Produktivität, all diese Einsichten, aber das ist wirklich mehr mit dem emotionalen Körper verbunden. In gewisser Weise, also wenn du irgendeine Art von Veränderungen in der Stimmung oder Emotion hattest oder wie du Dinge löst, wäre es gut, dies zu protokollieren und zu integrieren, damit es nicht nur einmalig ist, sondern tatsächlich etwas, das ihr euch weiterentwickeln und in das integrieren könnt, was ihr seid, und ein besserer Mensch sein könnt, denn jedes Mal. Wenn wir wirklich große Veränderungen in den energetischen energetischen Systemen auf unserem Planeten sehen, ist das eine Gelegenheit. Diese Veränderungen zu integrieren und dadurch ein besserer Mensch zu werden, sodass wir nach dieser langen Kraftwelle, die wirklich in diesen niedrigeren Frequenzen zentriert ist, spektrale Resonanzstrukturen sahen, die ich gesehen habe, bevor wir sie im Dezember gesehen haben, ein wenig im Januar, sind sie ziemlich selten, obwohl wir diese nicht sehen, dass sie am häufigsten im Winter auftreten. Wenn es ruhige geomagnetische Bedingungen gibt, also sind wir in dieser Art von Zone, dass wir diese sehen würden, aber das könnte erklären, wohin all diese Sonnenenergie gegangen ist, jetzt haben wir hier ein Diagramm, das die ionosphärische Elvin-Resonator-Region zeigt, das ist ein Wellenleiter, der über der Ionosphäre bis zu etwa 1,5 Erdradien existiert, wo die Strahlungsgürte beginnen, also haben wir den Wellenleiter der Ionosphäre der Erde, zwischen dem sich die Schumann-Resonanz wirklich gut ausbreitet, aber wir haben auch diesen sehr großen Wellenleiter über der Ionosphäre, der von der Ionosphäre nach oben in die Strahlungsgürte geht, und man kann diese Impulse direkt hindurch gehen lassen und in die Strahlungsgürte gehen. Der Elvin-Resonator der Ionosphäre ist dieser größere Wellenleiter, und was manchmal passiert, ist, dass sich diese Energien aufbauen und die Reibung ist sehr gering, die Dämpfung ist sehr, sehr niedrig in diesem Bereich, so dass diese Resonanzverstärkung auftreten kann und so können sie sehr, sehr schnell wachsen, und dann verursacht das. Gegenseitige Resonanz unten in der Ionosphäre der Erde, Weg Gottes und einige dieser Frequenzen, die in diesem sind andere Wellenleiter hier, diese Iregion, sie sind nicht genau die gleichen wie die Schumann-Resonanzen, das sind ziemlich spezifische Frequenzbereiche, aber sehen Sie hier, das ist die 35, 36 Hertz, das ist kein Modus der Schumann-Resonanz, das ist der Modus. 6 bei 39 Hertz, aber das ist etwas niedriger als das, und Sie haben den Modus 5 bei 33 Hertz, das ist etwas höher. Als das, also wir sehen Sie einige Veränderungen über das elektromagnetische Hintergrundfeld als Ergebnis dieser spektralen Resonanzstrukturen, gemessen in Russland, die nördliche Hemisphäre, die dem Polarkreis am nächsten ist, näher an diesem Nordmagnetpol, sieht diese Effekte stärker und mittlere Breiten im Äquator, also je weiter Sie dem Äquator sind. Desto weniger werden Sie irgendeine Art von Energien wie diese erleben, nur zu ihrer Information, obwohl es andere gibt Dinge, die passieren. Können, wie die südatlantischen Anomalien in der Nähe von Brasilien, dieser Ort ist energetisch verrückt, wenn du jemals dort warst, wie R.I.A.R.O., schau es dir an, wenn du noch nicht warst, aber unabhängig davon, Sonnenwind, wenn er auf diesen Frequenzen schwingt, diese Schumann-Resonanzfrequenzen, diese extrem niedrigen Frequenzen, diese Elfenschwingungen, wenn sie in der Lage sind. Mit den Resonanzfrequenzen der Erde übereinzustimmen, sollte diese Energie in das Innere der Erde schwingen. Plasmasphäre, die innere Plasmasphäre, ohne nennenswerte geomagnetische Störungen zu verursachen, das ist eine Hypothese, die ich habe, aber es ist wieder eine gegenseitige Resonanz, wenn diese Energie die gleiche Resonanz hat, dann haben sie diesen wirklich reibungslosen, einfachen Energiefluss von einem System zum nächsten, und sie haben Schumann-Resonanzen gemessen. Diese spezifischen Frequenzen im Sonnenwind, also ist es möglich, dass der Grund, warum wir keinen Demagnetsturm gesehen haben, ist, dass die Sonne tatsächlich eine Menge dieser Energie freigesetzt hat und diese spezifischen Elfenfrequenzen in sich eingebettet hat, die ihren Weg in die Erde finden, was wirklich dafür spricht, wie die Sonne bereitgestellt wurde, um uns erdspezifische Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn sie an, sagen wir, Gaia-Bewusstsein und allgemeine Resonanztheorie glauben, wie ich es tue, dann ist das die Erkenntnis, die sie aus diesem so sehr, sehr interessanten und irgendwie eine. Integration ist, dass es nach dieser Periode eine artverträumte Periode ist, diese Periode des inneren Bewusstseins, dass wir dann diese. Diese Suite von Frequenzen dort bekommen, die sich über alle erstrecken, sodass wir die niedrigeren Frequenzen haben, aber sie haben, auch eine große Aktivierung von Modus 2, 14 Hertz ist diese niedrige Beta-Gehirnwelle, wissen Sie, sehr fokussiert und produktiv zentrales Exekutivnetzwerk, ich sehe Dinge, die ich tue, ich bin bereit umzugehen, bekommst du auch ein gewisses High, du weißt schon. Eine gewisse Gammawellenaktivität, also das ist die über 30 HTZ und Gammawellen sind eine sehr seltene Gehirnwelle, die wir normalerweise nicht sehen, sie werden dramatisch erhöht, und einige Menschen am Ende ihres Lebens, wenn das Gehirnhypoxie durchläuft, bekommst du einen unglaublichen Anstieg der Gamma-Gehirnwellen, das haben sie schon einmal bei einigen Leuten gemessen, so eine wirklich interessante Frequenzstrukturen in letzter Zeit, wenn sie dies auf eine bestimmte Art und Weise gefühlt haben. Stimmungen, Emotionen, Gedanken, ihre Erfahrungen mit der Realität, teilen sie dies. Bitte in den Kommentaren unten mit, dies ist eine großartige Möglichkeit für uns als Gemeinschaft, diese Informationen anekdotisch zu integrieren, also liebe es, das zu hören, aber ich denke wirklich, dass es wichtig ist, dass wir nach dieser Art von Ereignissen diese Energien integrieren, die wir Journal, wir wissen, dass wir träumen, Journal, wir machen sicher, dass wir die Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachten, vielleicht bitten wir um jemand anderen, um uns eine andere Perspektive zu geben, und so können wir dies in unser Wesen integrieren, damit wir so ausgeglichen wie möglich sein können. Ich denke, es ist jetzt wirklich sehr wichtig, eine andere Sache, die ich erwähnen möchte, weil einige Leute das erwähnt haben und ich habe auch einige neue Erfahrungen gemacht, die ich gerne mitteile ist, dass die Darmgesundheit während dieser erhöhten Energieflüsse auf dem Planeten mit Sonnenaktivität oft wirklich gestört wird, ich meine, ich habe so viele Leute, die mit mir darüber sprechen, ich habe so viele Menschen, die ich im Allgemeinen kenne, die Hilfe mit ihrem Darm brauchen, und ich ging durch eine darmähnliche Heilungsreise von etwa 20 bis 30 ohne auf die ganze Geschichte einzugehen, erkannte ich, dass ich wirklich schlechte Darmgesundheit und ich erkannte auch, dass der Darm die Grundlage des Körpers ist, wie die meisten. Die Entzündung im Körper kommt aus dem Darm und sie müssen essen, also etwas von es ist eine notwendige Entzündung, aber wenn ihr Darm nicht in Ordnung und aus dem Rhythmus ist und sie Dinge essen, die für sie nicht funktionieren, dann erhöhen sie diese Entzündung vielleicht exponentiell und so wollen sie wirklich nicht mehr Entzündungen in ihrem Körper als nötig, ich habe einen ganzheitlichen Leitfaden für die Darmgesundheit für sie, 88 Seiten, auf denen ich teile, was ich gelernt habe, wie zum Beispiel Dinge wie Fasten, zum Beispiel verschiedene Kräutertees, Zubereitungen, bestimmte Lebensmittel, die gut zu essen sind, wie man Essen und Fasten miteinander verbindet, damit sie nicht zwischen Extremen oszillieren, sie kennen sie schneller, als sie sich fressen, wie man das gesund macht, dies ist der ganzheitliche Leitfaden für die Darmgesundheit, zwölf Kapitel, die sie kostenlos erhalten können, Kapitel 4 über das Mikrobiom, das ist etwas, das wirklich von diesen Energien beeinflusst wird, sie haben viele Verbindungen zwischen Elfenenergien und Mikroben gezeigt, Bakterien so modulierend im Mikrobiom, die Verbesserung des symbiotischen Mikrobioms, wissen sie, die Reduzierung des pathogenen, schädlichen Mikrobioms ist wirklich wichtig, aber eine Sache, die mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass sie sich manchmal selbst mit dem Essen täuschen können, als ob ihre Ernährung so wichtig für eine gute Darmgesundheit ist, auch wenn sie ein Lebensmittel haben, das ihr Körper nicht mag oder es irgendwie auf dem Zaun ist. Damit ich mag Mandelbutter wie Mandelbutter ist großartig, ich liebe Mandelbutter. Aber Mandelmus funktioniert für mich einfach nicht so gut, wie es sollte, es ist gut, aber es ist nicht perfekt und es gibt einen großen Unterschied zwischen perfekt und gut und ich denke, oft machen wir uns selbst etwas vor, das gut genug ist, aber wirklich, wenn es um Gesundheit geht, ist die Grundlage unser Darm, es verbindet sich mit allen anderen Systemen. BZB, wenn sie wirklich ernsthaft darauf bedacht sind, eine wirklich gute Gesundheit zu haben, Wohlbefinden und Langlebigkeit, sehr. Fit und aktiv zu sein, Darmgesundheit ist wie Nummer eins, eines der wichtigsten Dinge, so gut ist meiner Meinung nach nicht gut genug, also rechtfertigt es wirklich, einen genauen Blick auf ihre Ernährung zu werfen, eine Eliminationsdiät zu machen, wenn nötig, aber wenn ich reise, bin ich in Hawaii richtig, wenn ich jetzt von Kalifornien nach Hawaii reise, habe ich kein Mandelmus gekauft. Ich habe kein Mandelmus gegessen und jetzt ist alles wieder perfekt, bevor es gut war, jetzt ist es perfekt. Also spricht es wirklich dafür, wie selbst ein einziges Lebensmittel die Dinge wirklich stören kann und um sehr ehrlich zu sich selbst zu sein, also denke ich, dass es sehr wichtig ist, wenn man Hilfe braucht, ehrlicher zu sich selbst zu sein, weil man um mit Informationen ausgestattet zu werden, ist mein ganzheitlicher Darmgesundheitsleitfaden für sie da, sie können den Code Darmhilfe verwenden. Alle ein Wort für 10% rabattig hoffe, sie finden dies wertvoll und teilen sie bitte mit, wie sie sich in letzter Zeit gefühlt haben, was sie gelernt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, nur im Allgemeinen, lassen sie uns sie wissen, beginnen sie dieses Gespräch, es wurde in letzter Zeit viel über die Art von Weltraumwetter-Community gesprochen, einige dieser Energien und was sie sind, was sie nicht sind und jeder hat seine eigenen Gedanken. Und Meinungen, ich betrachte das wirklich mehr aus der Bewusstseinsperspektive, ich benutze das Weltraumwetterzeug, um zu verstehen, wie es unser Bewusstsein, Geierbewusstsein, beeinflusst, wie wir mehr im Einklang mit unserer Mutter Erde sein können und, unsere spirituelle Reise auf diese Weise beschleunigen möchten, um unsere spirituelle Reise zu unserer Bewusstseinsentwicklung zu beschleunigen und mehr. Im Einklang mit unseren höheren Geistern zu werden, das ist wirklich die Richtung, aus der. Ich komme, aber bitte beginne alle Gespräche, die du magst, in den Kommentaren unten, vielen Dank, Liebe und wie Gott segne, ich werde euch alle im nächsten Video sehen.